Das geht jetzt ganz super hier, so und dann, wenn ihr diese Höhe erreicht rangeht, der Kopf vorne über den Griff, über den Griff, über den Griff, zum Schlitzen, genau, in diese Richtung. Jetzt gehst du nochmal in den Sitz, genau, ich stelle jetzt die Augen auf, so, du stellst dich so fest, dass du in den Augen brauchst, so, jetzt gehst du vorne tief in der Schulter, aber die Beine, ich hoffe, dass die Beine hier von hinten zusammen ist, der Po, den ziehst du über den Kopf, ganz gut, ganz gut, ganz gut, lass einfach die Beine in den Kopf, genau, da, und in dieser Position, da geht dann das Bein senklich hoch, aber gestreckt, gestreckt, da hin und gerade runter. Und das muss das Ziel sein, was braucht ihr denn dafür, um diese Übung zu machen? Was braucht ihr denn die Beine hier?